Auf den Kars vor Hessen Kassel kommt eine interessante Saison zu. Spannend bleibt die Frage, wie der Regionalligist mit dem so schmerzlich verspielten Aufstieg der vergangenen Rückrunde umgehen wird. Bei einer Trainingseinheit ergibt sich die Gelegenheit, einen Blick auf das Löwenrudel samt Neuzugänge zu werfen. Zeit, das Team für die Saison 2011-2012 vorzustellen. Mein Name ist Erik Domaschke, Position Torwart Nummer 21. Mein Name ist Sven Hofmeister, Position Torwart, Rücken Nummer 1. Mein Name ist Sebastian Gundelach, ich spiele in der Verteidigung und meine Rückennummer ist Nummer 32. Ich bin Bernd Gerdes, ich spiele in der Verteidigung und meine Rückennummer ist die 17. Ich bin der Viktor Rüske, ich spiele auch in der Verteidigung und die Nummer 27 trage ich. Mein Name ist Tim Knibbing, ich spiele in der Verteidigung und mit der Nummer 40. Mein Name ist Jens Krembovic, ich spiele in der Verteidigung, Nummer 5. Mein Name ist Patrick Wolf, ich spiele auch in der Verteidigung, Nummer 2. Ich bin der René Ox, ich bin 27 Jahre alt, ich spiele in der Verteidigung und habe die Nummer 7. Ich bin Metin Kana, Nummer Trikot 18 und ich spiele in der Verteidigung und ich spiele in der Verteidigung. Morutz Morawski mit der Nummer 33 und Mittelfeld. Hallo, ich bin Enrico Gede, ich spiele im Mittelfeld und habe die Rückennummer 8. Hallo, ich bin der Dennis Jödecke, ich spiele im Mittelfeld und habe die Rückennummer 31. Hallo, ich bin Dennis Während, ich spiele in der Verteidigung und ich spiele auch in der Verteidigung. Ich spiele auch in der Verteidigung und ich spiele auch in der Verteidigung. Hallo, ich bin Bobo Meier, Nummer 9, Mittelfeld. Hallo, ich bin der Patrick Herpe, ich spiele im Sturm und habe die Rückennummer 15. Ich bin der Manuel Pfor und trage die Rückennummer 16. Tobias Damm, Rückennummer 22 und auch Stürmer. Also Fajdarovic, auch Stürmer mit der Nummer 11. Ich bin Dominik Suslik und im Team für das Konditionstraining zuständig. Christoph Keim, Co-Trainer. Pascal Vormann, Torwart-Trainer. Christian Hock, Chef-Trainer.